Wer war eigentlich Josef Mengele? Josef Mengele stammt aus einer Unternehmerfamilie aus Süddeutschland und studierte unter anderem Medizin. Ab 1940 arbeite er am Institut für Erdbiologie und Rassenhygiene und wird drei Jahre später nach Auschwitz versetzt. Sein besonderes Interesse gilt hier Kindern, allen voran Zwillingen, welche hier zu grausamen Experimenten gezwungen werden. Beispielsweise prüfte er, ob sich die Augenfarbe durch Einspritzen von Farbstoffen ändern kann oder er infiziert Zwillinge mit Tuberkulose und Typhus. Das alles zudem auch ohne Betäubung und sehr viele Kinder sterben bei diesem Prozedere, oft auch gezielt. So kam er übrigens zu seinem Namen Todesengel. Im Januar 1944 flieht Mengele dann von den Sowjets nach Brasilien, obwohl er bis zu seinem Tod 1979 wegen einem Badeunfall lebt. Das alles zudem auch ohne Betäubung und sehr viele Kinder sterben.